Achtung, Schildkröte. Guckt mal einer an, eine Schildkröte. Die müssen wir aber erstmal über die Straße bringen. Nicht, dass da irgendein Volltrottel dieser fährt. Ja, Dini hilft eben gern alten Leuten über die Straße. Eben, 80 Jahre alt. Siehste, jetzt gibt's hier Gummi. Ganz entspannt. Egal, ehrlich? Oh, das ist das Geräusch dabei. Deine ist viel zu hart eingestellt. Da ist ja mit den Stoßdämpfern, da ist überhaupt kaum Spiel. Deswegen, du gehst ja wirklich in die Luft. Ja, du müsstest vielleicht mal, die insgesamt mal höher drehen oder sowas. Hast du den Schlüssel dabei in deinem Werkzeug? Ja, ich kriege die höher.